Auf Bahn 3 von der SCDA FK 90, Alexander Jung. Auf Bahn 4 von der LGA in Frankfurt, Matthias Bühler. So, geglückter Start und der Wind stimmt auch. Und jetzt schauen wir eng beieinander. Junge, knapp in Führung, Dünner-Kampf. Und die Mauslauf 13,5,7. Ja, offenes Rennen. Wir schauen auf mögliche Korrekturen. 13,5,5 wäre die B-Norm für die WM. Es gibt eine A-Norm, die heute der Schledder ist. Und die B-Norm wäre 13,5,5. Und wir schauen... Ja, offenes Rennen. Ja, offenes Rennen. Ja, offenes Rennen. Ja, offenes Rennen.